Okay, dann schauen wir mal, wo die überhaupt sind. Na, der eine ist da, der andere ist da oben irgendwo. Okay, dann schauen wir mal. Na, da kann ich wahrscheinlich hier rein. Okay, alles klar. Kann ich da rein? Hier kann ich rein. Dann speichern wir doch hier mal. Okay. Äh, drin ist keine Treppe oder sowas, ne? Okay. Schauen wir mal. Na, da geht's hoch. Oh, fuck. Boah, der hat mich nicht gesehen. Ich werd verrückt. Marschieren wir doch gleich mal hinterher. Boah, das war knapp. Wie weit geht er noch? Okay, da geht er rein. Hier ist keiner. Hu. Gas aufdrehen. Ja, ich werd verrückt. Dann drehen wir halt überall das Gas auf. Oh, mein Ziel ist... Ist das mein Ziel? Oh, mein Ziel steht da draußen. Okay. Jetzt hab ich da auch das Gas aufgedreht, aber... Keine Ahnung... Ob mir das irgendwie was bringt. Oder ob ich das noch irgendwie... ...selbst entzünden muss, oder nicht? Ha, shit. Boah, scheiße. Oh. Oh, oh, oh. Hier ist die Scheiße am dampfen. Beziehungsweise am Überlaufen. Also dann raus hier. Shit, 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 shit. Ja, 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 ja. Okay. War das jetzt hier lang? Ich geh jetzt schnell, bevor der andere kommt. Dann dreh ich wieder das Gas auf und dann... Keine Ahnung, was ich da mach. Nicht so sicher. Keine Ahnung. Schleich jetzt auch mal vorbei. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas gebracht hat. Oh fuck, anscheinend nicht. Ich dachte, vielleicht könnte ich irgendwie runter. So. Ich glaube, ich versuche mal wieder runter zu gehen. Und ich mache es gerade auf dem Klo. Oh, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht mit drauf und der zündet irgendwie das Gas, der Sack. Schnell raus hier. Oh Gott. So viel zu dem Thema. Scheiße. Ich frage mich, ob das mit dem Gas überhaupt irgendwas bringt, weil irgendwie... Bei dem anderen ist auch nicht viel passiert. Mal probieren's. Einfach mal. Ich dreh's auf und versuche wieder runter zu kommen. Und dann versuche ich den dritten noch irgendwie... ...zu finden. Vielleicht kann ich bei dem auch irgendwie Gas aufdrehen. Dann wird's gleich wieder weg. Obwohl, jetzt kommt dieser eine von unten wahrscheinlich. Oh, oh, oder? Oh, da kommt er grad. Oh Gott. Alles klar, jetzt schnell weg hier. Okay, hier ist nix. Kann ich jetzt nochmal speichern, oder wie sieht's aus? Das Benzin-Könnester, ich dachte gerade, das wäre ein Brot oder so. Speichern kann ich jetzt nicht. Okay. Alles Roja in Kambodscha. Dann schauen wir mal zum Dritten. Ist immer noch seltsam mit dem Gas, finde ich. Jetzt sieht man es auch nicht mehr. Früher hat man es noch gesehen, wie es aufgedreht war. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Ach komm schon. Ich folge ihm nochmal. Tut mir leid, Sir. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Sie müssen Ihre Einkäufe woanders erledigen. Na, ist klar. Echt schade, dass du den Laden schließen musst, Tyler. Er ist Teil der Stadt. Kannst du nicht mit Lenny reden? Vielleicht legt er ja bei seinem Dad ein gutes Wort für dich an. Ich weiß nicht, ob das Gas jetzt noch läuft, oder? Egal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Na, schau mal an. Kann ich nicht da rein? Probier's. Oh yeah. Das hat funktioniert. Boah, war das knapp. Heilige Scheiße. Kann ich irgendwo eine Leiche verstauen hier, ne? Sieht ja schlecht aus. Oh. Oh, da ist man Zielperson. Oh Gott, scheiße. Alles klar. Jetzt läuft der wieder nach. Scheiße. Hey, von die Scheiße da drüben weg. Nein, du bist dran. Nein, ich bin älter als du. Also räumst du sie besser. Oh Gott. Ich bin älter als du. Verdammt. Ich sitze hier irgendwie fest gerade. Jetzt vielleicht. Ganz unaufällig. Da steht noch eine Wache. Kann ich was sabotieren? Ob es das jetzt bringt, weiß ich nicht. Was genau macht das Ding? Keiner weiß es. Gut zu wissen. Die Wache steht genau dahinter. Ich wollte vergessen. Ich hätte eigentlich die Flasche auch nehmen können. Oh, egal. Na, der kommt gar nicht so weit hierher. Okay. Kann ich ja den versuchen irgendwie abzulenken. Was genau macht das Ding? Ich verstehe es nicht. Okay. Ich weiß ja nicht, wie ihr solche Sachen in der Großstadt-Hand habt. Alter, das gibt es doch nicht. Es ist voll frustrierend, das ständig wiederholen zu müssen. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, scheiße.